Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Auch im Winter fit und munter bleiben. Ein Weg dazu ist sicher viel frische Früchte essen und Vitamintanken. Zur Zeit ist die Ernte von den Zitrusfrüchten oder den Agrumen, wie die Fachleute sagen, in vollem Gang. Und sie finden bei GOP eine grosse Auswahl von diesen saftigen Vitaminspender. Das hier ist die blonde Navels aus Spanien, eine Dessertfrucht ohne Kerne, die sich sehr gut für einen Fruchtsalat eignet. Ebenfalls aus Spanien kommen die Clementinen. Man kennt sie gut an der tiefen Orangen bis roten Farben. Sie hat auch keine Kerne und ihr Aroma ist fein und süss. Das hier sind Früchte aus Sizilien. Die Mohrorange mit ihrem kräftigen Aroma ist bekannt mit ihrem herrlichen blutroten Saft. Auch die fein schalige Tarocco ist eine weitere ebenfalls rote Spitzenqualität. Und auch aus Israel kommen wertvolle Vitaminspender, wie zum Beispiel die länglich-ovale Schamutti Blondorange. Eine Dessertfrucht, die sich sehr gut schälen lässt. Und natürlich nicht fehlen dürfen auch die weissfleischigen, rosa und roten Crepefrui. Nach so vielen Zitrusfrüchten und sonnigen Ländern packt man direkt das Reisefieber. Verschiedene Rezepte gegen die Krankheit kann Ihnen das Popularis Reisebüro empfehlen. Zum Beispiel Badeferien in einem Feriendorf in der Toskana. Reisen nach Australien und Neuseeland, nach Skandinavien oder eine der komfortablen Fluss- und Kreuzfahrten. Die neuen Ferienkatalogen für viele Destinationen können Sie jetzt bei Popularis holen oder mit dem Bestell-Ski aus der Coop-Zeitung Kolo. Vor den Sommerferien gibt es allerdings noch etwas anderes, nämlich die Fasnacht. Die Fasnachtsküchchen gibt es bei Coop jetzt schon und ich kann Ihnen versichern, sie sind auch dieses Jahr wieder einmalig gut. Ebenfalls etwas Gutes gibt es jetzt aus der Studioküche. Forellen à la Mande d'Yons, nach Bettlerart also. So heisst das Rezept von dieser Woche. Sie können dazu übrigens gefrorene Forellen verwenden, die Sie etwa eine halbe Stunde anzudauen lassen. Im heissen Anken eine fein gehackte Zeebele etwa 5 Minuten dämpfen und in eine Gratinform verteilen. Die Forellen drauflegen, salzen und pfeffern, gefiertelte Champignons darüber verteilen, Weisswein darüber gießen und dann mit einer Alufolie bedecken und etwa eine halbe Stunde im Ofen garen. Nach dieser Zeit den Saud in ein Pfennchen gießen, mit aufgerichtem Maizena aufkochen und mit Dill abschmecken. Die Sauce über die Fisch gießen, ein bisschen Paniermehl darüber streuen, ein paar Ankenflöckchen draufsetzen und im heissen Ofen Oberkitz noch einmal kurz überbachen. Die Forellen mit Salzhertöpflern und frischem Salat servieren. Das Rezept finden Sie in der Coop-Zeitung von dieser Woche einen guten. Mit diesem Rezept bleiben Sie bestimmt frisch und munter. Und jetzt wünschen wir Ihnen noch einen schönen Abend. Dass jetzt noch Coop Aktionsangebote kommen, das wissen Sie ja. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop Midegemüsekonserven, alle 850 Gramm Dosen, 60 Graben günstiger. Galahörnli, zweimal 500 Gramm, statt 280 nur 2 Franken. Zwei Päckchen Galaspagetti, statt 260 nur 2 Franken. Goldstarrspinat, fixfertig, 600 Gramm, statt 220 nur 1,70. Gerbergala, Doppelrahmkäse, zweimal 80 Gramm, statt 350 nur 2,60. Drei Stücke Luxe-Säufi, statt 4,5 nur 2,95. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag ein Apfelcake aus Vollkornmehl, statt 3,80 nur 3 Franken. Clementine im Netz an 1 Kilo nur 1,50. Und 2 Kilo nur 2,90. Auf Wiedersehen!